Grüß euch, ich bin der Bastian und ich darf euch heute das FJ-Link System vorstellen. Ja, meine drei großen Vorteile waren einfach ganz klar das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Genauigkeit und wir haben das Ganze in einem Kompaktsystem. Einbauen könnt ihr das Ganze selber, das ist ohne großes Fachwissen zu Hause in der Werkstatt möglich oder ihr lasst es in der Fachwerkstätte einbauen. Das Ganze ist erhältlich beim Hochrader Online-Shop oder in den entsprechenden Filialen.